Schöner kleiner Fisch. Im Mittelwasser auf den Gummi reingeknallt. Noch nicht mal die zweite Rute drin und schon den ersten Fisch. Petri, Ronald. Vielen Dank. Fisch! Ein neuer Morgen, ein herrlicher Morgen mit Sonnenschein. Wir haben heute mal gutes Wetter, relativ wenig Wind. Die Zeit wollen wir nutzen. Wir fahren mit dem Boot raus, aus dem Hafen im Bargenkopp. Genau. Und was wollen wir heute machen? Ein bisschen auf Plattfisch probieren. Schön wenig Wind und dann steuern wir immer die Sandbänke an. Ja, wir haben Wattwürmer mit, wir haben Seeringewürmer mit. Und da werden wir auf den Sandbänken ein paar Platten fangen. Vielleicht eine Fische, Flunder, Scholle. Wir probieren unser Glück. Ja, würde ich sagen, Wetter ist gut. Auf geht's. Wir starten den Motor. Und los geht's. Und los geht's. Hast du eine? Ja, ich habe eine. Klein, aber fein. Ja, Petri. Petri, dank. Und das auch ein Biss? Ja. Geht ja gut los. Hängt? Ja. Oh, eine Scholle. Eine Scholle. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli. Die erste Scholle. So kann es weitergehen. Prima. Ich freue mich. Ja, jetzt habe ich auch einen Biss, nachdem Björn und Ola gerade vorgelegt haben. Ich habe so ein bisschen auf eine Dublette gehofft, weil ich zwei Haken dran habe. Da hängt er. Oh. Keine Dublette, aber eine Klische. Herrliche Klische auf Seeringelwurm und der obere Haken. Ja, die nächste Platte ist eingestiegen. Mal sehen, was da hochkommt. Oh, das sieht ja gut aus. Wieder eine Scholle, ne? Wieder eine Scholle. Sehr schön. Weiter geht's. Petri. Ja, beißt wieder bei mir. Bei dir, Björn? Auch am Zubbeln. Oh, ein bisschen neuer da. Ja, dann gucken wir mal. Gucken, ob irgendwo eine hängen bleibt. Spiel mal eine noch an. Ja, ne. Oder? Oh, da kommt sie. Doch, doch. Wieder eine Scholle. Auch eine Scholle. Mutlöffel. Perlmuttperlen. Und auch eine Scholle. Oh, die ist doch ein bisschen besser mal. Haben wir den Schollengrund gefunden. Sehr schön. Petri. Petri, danke. Das bringt Laune. Hier bei, wie waren wir, siebeneinhalb Meter hier. Sandiger Boden. Ja. Ja. Es geht hier Schlag auf Schlag. Ich habe gerade wieder einen Biss. Fisch hier mit so einer kleinen Multirolle und lass mal ein bisschen Schnur, dass er den auch nehmen kann. Aber ich glaube, da müsste ich jetzt hängen. Ja, ich probiere es mal. Oder ich habe Björn. Ah, da hängt was. Oh, oh. Vielleicht sogar zwei. Ah, ich glaube, einer hat sich wieder gelöst. Oder? Oh, eine gute. Eine richtig gute. Und ich habe dich mit drin. Aber eine richtig gute. Also ein bisschen im tieferen Wasser. So bei 10, 11 Meter, glaube ich. Und da kommen jetzt die größeren. Oder eine größere auf jeden Fall. Und einen kleinen Tüdel haben wir auch. Ja, da kann man doch schon mal Scholle zu sagen. Das ist doch mal hier richtig schöne, große Scholle. Und hier bei 10 Meter, 11 Meter Wassertiefe bringt das auch richtig Laune. Ja, die kann sich sehen lassen. Die gibt es heute Abend in der Ferienhütte. Schön gebraten, mit Speck. Lecker. Ja, ich habe Biss. Zwei Hakenmontage. Mal gucken. Mal gucken. Hängt's. Sehr schön. Mal gucken, was da hochkommt. Ja, eine schöne Scholle, oder? Ja, eine schöne Scholle, oder? Auf dem oberen Haken. Da haben wir eine richtig schöne, glaube ich. Zumindest deutlich mehr Druck. Und, oh ja. Da ist sie. Schöne Scholle. Hat den voll Volley genommen. Mit dem Seeregler. Ja, nächster Fisch hat gebissen. Jetzt schauen wir mal. Hängt? Hängt. Ja, es geht hier echt Schlag auf Schlag gerade. Oh, schöne Scholle. Und weit vom Hafen. Sandbank. Oder Sandgebiet. 9, 10 Meter. Toller Fisch. Prima. So kann es weitergehen. Okay. Ja, kommt's. Nächster. Ja, Petri. Petri, dank. Schlag auf Schlag hier. Vor Lange Land. Ja, nächster Biss. Schauen wir mal, was da kommt. Oh ja, fühlt sich gut an. Welche Tiefe haben wir hier? Elf Meter haben wir jetzt, glaube ich. Da kommt auf jeden Fall ein guter Fisch. Macht gut Druck. Zwei Haken. Oh ja. Schöne Scholle. Schöne Scholle. Sehr schöner Fisch. Hier vor Lange Land. Auf der Sandfläche. Am Seeregler. Toller Drill. Prima gezeichnet. Herrliche Angelei. Die hat aber Druck gemacht hier. Ah, eine richtig schöne. Richtig schöne Speisefische. Ist auch ordentlich was dran. Schön. So kann es weitergehen. Ja, wir fischen hier, wie gesagt, auf einer Wassertiefe von sieben Meter bis ungefähr zehn, elf, zwölf Meter. Lassen Sie es runter treiben. Über sandigen Grund. Wir sind hier vor Lange Land Humble. Humble. Und ich fische hier eine ganz normale Butler für Montage. Habe hier jetzt einen relativ schweren dran mit 80 Gramm. Das ist aber gar nicht notwendig. Also 40 Gramm. Die anderen fischen mit 40 Gramm. Hinten ein paar Perlen dran. Ein Seeringler oder Wattwurm. Und den lasse ich jetzt einfach mal runter. Normale Plattfischroute. Fische immer ganz gerne halt eben eine Multirolle. Da kann man immer schön mit dem Daumen Schnur freigeben. Bisschen bei der Drift. Ja, elf Meter ist jetzt unten. Und dann einfach halten. Und ab und zu nochmal ein bisschen eben den Grundkontakt halten. Und dann kommen die Bisse relativ schnell. Hoffen wir es. Ja, da war schon der Erste. Ja, es muss hier randvoll sein mit Plattfisch. Also wir haben ihn ganz häufig eben runtergelassen. Und dann dauert es vielleicht eine Minute. Und dann hängt der nächste Plattfisch. Ja, da zuppelt es schon. Wenn die mal ein bisschen spitz beißen, kann man auch einfach mal ein bisschen Schnur geben. Und den ein bisschen schlucken lassen. Dann hängen die auf jeden Fall ganz sicher. So, und jetzt gucke ich mal. So einen Kontakt aufnehmen. Und der hängt natürlich nicht. Vorführeffekt. Ja, jetzt hat es ein bisschen länger gedauert. Bis zum nächsten Biss. Ich versuche die gerade ein bisschen ranzuspielen. Wie gesagt immer, wenn ich einen Biss habe, lasse ich mal ein bisschen Schnur. Das ist ja auch ein bisschen Zeit, da zu schlucken. Aber ich glaube, der müsste den jetzt haben, den Haken. Und die hängt. Das ist jetzt nicht die größte, aber wahrscheinlich die kleinste des Tages. Mal wieder eine Klische. Wir haben hauptsächlich Schollen hier. Ab und zu mal ein paar kleinere Klischen dabei. Aber ja, bringt auf jeden Fall Laune. Ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr Wind bekommen. Die Drifte stärker. Da machen jetzt schon 60 bis 80 Gramm auch Sinn. Ich habe gerade mal wieder einen zweiten Haken dran gemacht. Und hoffe auf mal eine Dublette. Also ein Fisch hängt auf jeden Fall. Ja, ich gucke jetzt mal. Ja, irgendwas hängt. Also hier jetzt auch ein bisschen mehr Druck durch die Drift. Aber das... Das fühlt sich gut an. Dann kurz noch was zur Schnur erzählen. Wir haben hier so eine 15er geflochtene. Reicht völlig aus auf den Sandboden. Normales Buttvorfach unten dran. Und da kommt die nächste Scholle. Keine Dublette, aber wieder ein schöner Fisch. Wir wollten euch noch eben zeigen, wie wir uns die Seeringler beködern. Beziehungsweise eben die Montage noch. Ein Buttlöffel. Kurzes Vorfach dran. Und Perlen ist jetzt Geschmackssache. Ich fische ganz gerne Perlmutt-Perlen. Irgendwo noch so ein Farb-Akzent dabei. Man kann noch ein Spinnerblatt vorsetzen. Aber die beißen hier heute so wild. Ich glaube, es hätte auch einfach mit gar keiner Perle, einfach Mono-Vorfach, hätte auch funktioniert. Zu den Seeringlern. Wir haben hier welche, die sind wirklich, die sind groß. Das ist gar nicht nötig. Also da kann man ruhig zwei oder drei Stücke von machen. Das reicht. Kleines Stückchen Seeringler am Haken. Und das funktioniert dann wunderbar. Die werden eigentlich wie ein Twister. Man zieht sie eigentlich in der Mitte auf. Haken ansetzen. Drüber schieben. Und dann ist schon fertig. Ja, wir haben uns gerade mal drei Stunden gefischt. Wir haben genug Plattfische. Das ging hier wirklich Schlag auf Schlag. Würmer sind schon so gut wie leer. Einen Biss habe ich noch. Den hole ich noch rein. Wenn er hängen bleibt, hängt auch. Dann fahren wir rein nach Bargenkorb. Da ist im Hafen direkt ein Filetierplatz. Da kann man die Fische sauber machen. Das machen wir dann. Und dann gibt es erstmal schön mittags Scholle aus der Bratpfanne. Und jetzt gucken wir nochmal, was hier noch hochkommt. Zum Schluss. Ich kann ganz kurz nochmal was zu den Fischen erzählen. Wir haben hauptsächlich Schollen gefangen. Auch sehr schöne Schollen, große Schollen. Ein paar Kiechen waren mit dabei. Die waren ein bisschen kleiner. Aber das Groder Fische sind hier Schollen. Und das ist... Nein, das ist eine Kieche. Hier sind ein paar Kiechen dabei. Und dann Schollen. Und damit fahren wir jetzt den Hafen. Und dann sind wir jetzt... Und dann haben wir jetzt... Und dann können wir jetzt... Und dann geht's. Ja, da ist sie, eine schöne Langeland-Forelle, ich schätze so Mitte 40 Zentimeter, Auffliege mit Spiro an der Südspitze von Langeland, schöner Fisch. Wann ging das? Nee, kein Kontakt mehr, gar nichts, dranbleiben, weitermachen, Sonne ist weg, weitermachen, genau, wenn wir dranbleiben, mehr Forelle. Die Insel Langeland ist bekannt für seinen guten Meerforellenbestand und wir haben es auch probiert erfolgreich auf Meerforelle zu fischen und ich wollte einfach euch mal zeigen, welche Köder wir gefischt haben, sowohl Fliege als auch Blinker haben ihre Fische gebracht. Bei den Blinkern war es vor allen Dingen, dass wir Naturfarben gefischt haben, Grün, Silber, so wie zum Beispiel den Sand Eel von Savage Ear oder Snaps. Das waren Blinker- bzw. Durchlaufköder, die ihre Fische gebracht haben. Bei den Fliegen, sowohl am Spiro als auch an der Fliegenroute, war der Samsö-Killer wirklich sehr erfolgreich. Die Fische waren ein bisschen tricky, deshalb war es gut, so einen Köder auch mal in Jig-Bewegung durchs Wasser zu ziehen und die Fische so zum Biss zu animieren. Ebenfalls kleine Magnus-Varianten, sowohl an der Fliegenroute als auch am Spirolino, waren die Köder, die uns zum Erfolg gebracht haben. Und wenn ihr es mal auf Langeland probieren wollt, dann schaut mal, dass ihr solche Köder auch mit in der Box habt und dann wünschen wir euch viel Erfolg. Fünf wunderschöne Angeltage auf der tollen Insel Langeland sind vorüber. Wir hatten eine Menge Spaß, haben auch viel Fisch gesehen, wir haben auf Meerforelle geangelt von der Küste. Das Schöne ist, Langeland ist eine Insel, man findet immer bei allen Bedingungen Strand, wo man auflandig fischen kann. Und wenn der Wind doch mal zu doll ist, geht man auf die ablandige Seite. Oder als Alternative kann man natürlich auch noch... Wir waren an einem Put-and-Tick-See gewesen, Forellenangeln, das ist auch richtig gut gelaufen. Ja, also es ist nicht nur eine Alternative für schlechtes Wetter, das kann man auch so mal einbinden. Auf jeden Fall. Wir haben ein Boot noch draußen auf Plattfisch. Die ganzen anderen Fischarten vom Boot haben wir noch nicht probiert. Im Sommer zum Beispiel kommen auch Makrelen vorbei, Hornig kommt später noch, Dorsch kann man hier fangen, Längen, mit Glück sogar ein Steinbutt. Das werden wir wahrscheinlich auch noch mal machen, wenn wir noch mal herkommen. War ein wunderschöner Urlaub und ja, gestern waren wir noch schön essen. Auf Jahr. Hier gibt es den Bargenkopf-Crow, da gibt es täglich ein herrliches Fischbuffet. Wir haben uns ein bisschen schmecken lassen. Das ist auch noch mal schön, um den Abend ausklingen zu lassen. Genau. Wir haben einen Angeltag. Diese herrlichen Ferienwohnungen von Angel-Greisen Halver. Björn, besten Dank, dass wir hier unterkommen durften. Gerne. Wenn es euch gefallen hat, diese Wohnung, unten im Infotext verlinken wir nochmal. Angel-Greisen Halver hat natürlich dieses Objekt, aber auch noch andere mit drin. Da könnt ihr gerne mal ein bisschen stöbern und hier auch eine schöne Woche verbringen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen da, gebt uns ein Abo. Wir verabschieden uns und kommen auf jeden Fall gerne wieder. Das freut mich. Jetzt sehe ich uns nicht mehr. Ne, das ist ja auch gut, man soll ja da reingucken, sonst guckst du falsch. Guck mal, der ist ganz hässlich da. Kamera läuft schon. Danke. Ich hab noch mehr, aber im Refakt war. Fünf Winner... Das ist ganz läufig, ja.